90 Jahre. 90 Jahre okal. Die Anfänge waren geprägt vom Pioniergeist, Mut und Ideenreichtum eines Mannes. Otto Kreibaum Senior aus Lauenstein. Also okal. Die 20er, ein Jahrzehnt des Auf- und Umbruchs. Während andere abhoben, blieb okal bodenständig und begann seine Möbelfertigung. Aufbruchstimmung im bis dahin industriellen Niemandsland. Die 30er. Industrieller Aufschwung und okal ist der modernste Möbelhersteller Deutschlands. Trotz Rückschlägen. Aufgeben gilt nicht. Okal wächst weiter. Die 40er. Schwere Zeiten lassen die Menschen nach Abwechslung lechzen, aber es macht sie auch erfinderisch. So ist okal wieder einmal Vorreiter mit seinem Patent für Spanplatten. 1949 kommt die patentierte Strangpresse. In den 50ern heißt es Ärmel hochkrempeln und los. Die Grundplatte für den Okal-Hausbau wird gelegt. Außerdem patentiert Kreibaum Senior die Presse zum Herstellen von Spanplatten. Ein weiterer Meilenstein. Die neue Branche nimmt Fahrt auf und ersetzt schließlich den Möbelbau. 1959 baut okal 50 Häuser und stößt an seine Kapazitätsgrenzen. Also ab in die 60er mit neuen, effizienten Ideen. Der Großtafelbau in Verbundweise revolutioniert den Hausbau. Glorreiche Zeiten. 1965 bringt verbesserten Schallschutz. Der Pionier erkennt die Zeichen der Zeit. Die Okal-Bau GmbH wird gegründet. Alles aus einer Hand wird zum Erfolgsprinzip. Die 70er werden durch einen Generationenwechsel eingeläutet. Der Junior übernimmt den dann größten Fertighaushersteller Europas. Okal bleibt Innovationsvorreiter. Gute Zeiten für Gewinner und Ideenbringer. Eine Zukunftsvision wurde zur Realität. 50 Jahre Okal und über 1000 Grundrissvarianten. Die 80er. Das Jahrzehnt der Individualität. Okal erkennt den Zeitgeist und setzt auf Sonderwünsche. Trotz Rezession steigt der Hausverkauf. Sonnige Ideen. Okal setzt auf die Solarenergie und die Ära der intelligenten Haustechnik nimmt Schwung auf. Die Deutsche Wiedervereinigung. Pioniergeist ist gefragt. Okal geht mal wieder voran. Die 90er. Dekade der guten Laune. Okal bekommt bestätigt. Ihre Häuser halten mindestens 100 Jahre. Und die Firma expandiert weiter. Okal nun auch in Tschechien. Wahre Liebe, aber mit Happy End. Mit dem Zertifikat Niedrigenergiehaus 2000. Das neue Jahrtausend. Große Veränderungen auf der Welt und bei Okal. Aus Lauenstein wird Zimmern. Die 2010er. Okal ist wieder vorne mit dabei. Und startet eine regelrechte Musterhaus-Offensive. Innovative Ideen. Noch mehr Gestaltungsspielräume. Auch im Design liegt Okal ganz vorne. Das beweist der German Design Award. Traumhäuser in höchster Bauqualität. Großartige Mitarbeiter und Hunderttausende zufriedene Hausbesitzer, die ihre Träume mit Okal verwirklichen konnten. Auch 2018 ist Okal Vorreiter in der Branche. Zukunftsorientiert und mit Weitblick. Okal vereint Design und moderne Haustechnik. Prämiert mit dem Golden Cube in der Kategorie Smart Design. Und der Kapitalauszeichnung bester Fertighaushersteller. Und die Erfolgsgeschichte geht weiter. Für 2019 steht die neue Generation der Musterhäuser bereits in den Startlöchern. 90 Jahre Erfolg. 90 Jahre Okal. Pioniere. Gestern, heute und morgen. Okal. Zuhause mit System. 1,3,5. Philipp ist Budget. Deine Frau态 verwendet. Bine – Gedämmel Madame. але Mal Podolga. Postver금. Untertitelung des ZDF, 2020